Wir sind, wer wir sind. Ich bin gedankenlos und du bist dumm. Und schon geht es wieder los! Ich war mal die Krankenschwester Ihres Vaters. Sind Sie nicht die, die meine Schwester rausgeschmissen hatte? Mein Vater war sich sicher, dass Ihre Schwester versucht, ihn umzubringen. Was genau wollen Sie, Miss Moody? Ach, ich habe Ihrer Schwester schon gesagt, was ich will. 100.000 Pfund! Bernie! Du hast ihn auf den Treffer runtergestoßen! Einen ganz kleinen Schuss! 5.000 Pfund! Damit sind unsere Behandlungen definitiv am Ende. Aber ich recht, wenn du ins Gefängnis kaufst, wahren wir eine Menge Geld. Ich werde nicht ins Gefängnis gehen! Hallo? Ist da jemand? Au! Au! Ich bin so kaputt! Wir werden! Uns wird ganz bestimmt etwas einfallen! Und wird es weinig! Hallo! Hahaha! Hahaha! Ich bin so kaputt! Ich bin so kaputt! Ich bin so kaputt!